Wir kommen zu den Maracas. Da sind sie. Also, diese kleinen Dinger, diese Rappler hier, die sind gar nicht so einfach zu spielen. Kommt doch an, wie ich sie festhalte. Also, wenn ich sie jetzt so festhalte, da habe ich keinen richtigen Rhythmus. Ich kann nicht den Rhythmus hin. Wenn ich es aber zu verkrampft, festhalte ich da auch keinen Rhythmus hin, weil da verkrampfe ich mich nur. Also, ich muss versuchen, sozusagen, wir gucken uns das mal an, ich habe das mal so in der Hand. Hier, seht ihr das so? Ja, kann man das erkennen? Ich hoffe, so habe ich das in der Hand. So, ich drücke mich mal um und verbinde sozusagen die Hand mit der Maracas. Und dann probierst du mal so ein bisschen aus. Ich spiele hier einmal auf dem Handgelenk, aber eigentlich auch nachher auf dem Arm hier. Ja? Das ist ein Fellbogengelenk. Diese beiden Gelenke, sozusagen, die brauche ich. Ja? Aber probier mal damit rum, erst mal. Einfach so ein bisschen rumprobieren, dass es noch gar kein Rhythmus sein muss oder sowas, sondern nur, dass es sich mit der Hand verbindet. Ja? Okay. Und das andere kannst du auch mal versuchen, wenn du es locker in der Hand nimmst, dann kriegst du nur so ein Rappeln hin. Übertreibst das natürlich ein bisschen. Oder wenn ich es gar nicht richtig fest in der Hand halte oder so. So, jetzt mache ich mal einen Metronom an und wir spielen mal auf 60 Schläge in der Minute. Einfach nur viertel. Eins, zwei, drei, vier. Ganz gleichmäßig. Versuch einfach so mitzuspielen. Wenn du keine Maracca hast, mach einfach das mit der Hand mit. Stell dir vor, du hattest eine Maracca in der Hand. Mach genau die Bewegung mit. Versuch also genau mit dem Metronom zusammen zu sein. Okay. Jetzt machen wir mal Achtung. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und... Ich habe immer so einen leichten Ruck. Und da, ne? Da habe ich so ein bisschen Ruck drauf. Nochmal. Achtung. Drei und vier und eins und zwei und drei und vier und... Und die Steinchen, die schnellen immer so ein bisschen zurück. Eins, zwei, drei, vier... Gut. Jetzt nehmen wir ein anderes Tempo. Jetzt gehen wir auf 100. Erstmal Viertel. Eins, zwei, drei, vier... Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt gehen wir auf Achtung. Eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und eins und zwei und drei und vier und... Versuch das mal mitzumachen. Und Geduld. Nicht so einfach. Wenn du das Ding zu fest hältst, verkrammst du in der Hand, im Arm. Wenn es zu locker hältst, hast du keinen Rhythmus hin. Okay. Jetzt machen wir mal das Original Tempo zu meinem Lied. La Bamba. Ach, was hat man 132, ne? 1, 2, 1, 2, 3, 4, Viertel. Viertel. Und schon hast du den Rhythmus. Eins, zwei, drei, vier... Eins, zwei, drei, vier... Eins, zwei, drei, vier... Zelle, zwei, vier... Zelle, zwei, vier ... Zelle, drei, vier ... Ja, herividade trainingsstation. Und das kannst du dann mitspielen zu meinem Lied, das ich mit der Gitarre gespielt habe. Also, du kannst alle Instrumente, die wir jetzt durchgegangen sind, also die Surdo, die Bongos, die Claves, die Maracas, all die Rhythmen, kannst du mal klatschen zu meinem gesungen und gespielten Lied mit der Gitarre. Aber, das probier mal aus. Und ich bin gespannt, was ihr mir dann später mal erzählt, wie das so gelaufen ist. Wer Fragen hat, kann sich ja über meine Mailadresse an mich melden, an mich wenden. Das wäre schön, dann kriege ich nochmal so ein paar Tipps von euch, was ihr vielleicht doch noch besser braucht, als so, wie ich es jetzt gerade mache. So, viel Spaß dabei. Tschüss.